Die Tesla Optimus Roboter wurden ferngesteuert und letztendlich war das ein riesengroßer Fake, den Elon Musk auf dem WeRobot Event gezeigt hat. Es gibt ein paar Updates und wir müssen reden. Viel Spaß. Mensch, es geht jetzt aber auch Schlag auf Schlag hier wieder eine neue Folge von Metacheles und ich habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass ich so schnell nochmal nachlegen würde. Aber ich glaube aufgrund der aktuellen Entwicklung hilft es nochmal so einen kleinen draufzusetzen. Ich hau das auch nicht als Newsletter raus. Ein Video dazu habe ich tatsächlich aber schon gemacht und wie das immer so ist t.ly slash hallo t.ly slash hallo könnt ihr mir Feedback geben. Auf YouTube muss ich mich tatsächlich nahezu rund um die Uhr in den Kommentarspalten mit diversen selbsternannten AI-Experten, Roboter-Experten, autonomen Fahrzeugexperten auseinandersetzen. Es ist ja auch irgendwo durchaus ein spannender und lustiger Zeitvertreib. Übrigens t.ly slash Paypal, also wie Paypal, nur noch hinten noch ein L und ein E dran, alles kleingeschrieben. Da könnt ihr mir ein klein wenig was in die Kaffeekasse schmeißen. Und wer schmeißt bei mir auch in die Kaffeekasse? Natürlich mein Sponsor und das ist Asus aus Taiwan und da freue ich mich wirklich ganz besonders drüber, denn die sponsern mich mit ihrer ProArt Laptop-Serie. Das sind tatsächlich Laptops, ich würde mal so sagen, für die Profis, für Creator etc. Und Nicole und ich haben die unter anderem auch auf der IFA zu unseren absoluten Highlights von der Messe gekürt. Und was aber natürlich spannend ist, und dann sind wir auch gleich wieder beim Thema, dass Asus eigentlich damit auch ganz gut zeigt, wie die Zukunft der AI-PCs nicht nur aussieht, sondern wie sie da ist. Also was ihr damit machen könnt. Und da geht es natürlich nicht nur um die Hardware-Features. Also was kann das Ding denn überhaupt mit seiner Rechenperformance an AI-Modellen umsetzen, sondern du musst die jeweiligen Mediode auch am Start haben. Das ist im Rahmen innerhalb von Windows und den Co-Pilot-Plus-PCs. Das sind natürlich so Sachen wie Live-Captions und Co-Creator. Aber sie haben auch hauseigene Lösungen wie Storycube und MuseTree. Und auch AI-Features, die entsprechend die Sicherheit für eure Daten lokal verbessern können. Aber auch, falls ihr irgendwo in einem Zoom oder Meet-Call seid, Noise-Canceling entsprechend über AI rausrechnen lassen. Ihr findet auf Metacheles.de in den aktuellen Artikel entsprechende Links. Meine Güte, ich merke mal gerade, wie oft ich entsprechend sage. Hatte ich das nicht schon mal irgendwann gehabt? Dass ich jedes Mal, wenn ich entsprechend sage, eigentlich einen Baum pflanzen müsste? So fühlt es sich gerade an. Zurück zum Thema. Meine Güte, was war denn da los? Das Wii-Robot-Event von Tesla, beziehungsweise Elon Musk, würde ich mal eher sagen. Und ich erkläre auch gleich, warum ich das genauso sehe. Die haben ja nicht nur da ein Fahrzeug gezeigt, das Cyber-Camp und den Robo-Van. Wenn der WDR auf Threads mittlerweile Postings macht und da sämtliche Gemeinden in Nordrhein-Westfalen aufzählt, die autonome Shuttles im Betrieb haben, dann müsstest du langsam wissen, dass der Bullshit, den du den Leuten für 2026 oder 2027 versprichst und alle komplett ausflippen, dann musst du doch langsam mal irgendwann wissen, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ich dann doch mal schnell die Mars-Rakete baue und auf selbigen flüchte. Also es ist so hart. Und was für Sprüche mir in die Videos reingepackt wurden, das ist die eine Sache. Und ich glaube, ich habe das ja schon ganz gut versucht zu analysieren und zu erklären. Also ein abgesperrtes Areal, das haben die ordentlich gemappt. Das waren hard-coded Wege. Ich glaube, drei oder vier Stationen gab es für die, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Journalistinnen, aber es waren ja keine Journalistinnen vor Ort, sondern nur wohlgesonnene Creator und Analystinnen. Und, naja, anyways, also es gab irgendwie so roundabout drei oder vier Destinationen, die das Ding abfahren konnte. Die Türen wurden jeweils noch mit der Fernbedienung zugemacht. Lustigerweise, auch wenn ihr den Mask am Anfang einsteigen seht, gehen auch beide Türen auf und zu, wie das so ist am Auto, ne? Kennt ihr, ihr steigt links ein und die rechte Tür geht auch auf bzw. zu. Also, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wir müssen uns nochmal über diese Roboter unterhalten, die dann da unter anderem Getränke eingeschenkt haben und am Rumtanzen waren und auch rumliefen. Und wenn die rumliefen oder während die rumliefen, konnte man mit denen interagieren. Und ich habe euch jetzt mal ein Video vom Robert Scoble rausgesucht. Ich habe das mal audiotechnisch ein bisschen bearbeitet, also die Hintergrundgeräusche rausgenommen, damit ihr besser versteht, wie dieser Roboter spricht. Hört mal rein. So, noch Fragen? Und ich muss mir auf mein YouTube-Video in den Kommentaren anhören, warum ich mir denn so sicher bin, dass das keine AI ist. Und du denkst dir nur, hey, klar, vor 15 Jahren seid ihr auch schon auf MS-Paint-Fakes reingefallen, die extrem dilettantisch umgesetzt wurden. Der MKBHD, Marquez Brownlee, hat das übrigens auch unter anderem gemacht, also ein Video gemacht, das ist aber ein bisschen schwierig, euch zu demonstrieren, weil, ja, der Roboter macht so eine Scharade-Geschichte. Aber was nicht so schwierig ist, zu demonstrieren, ist die Tatsache, dass der Marquez danach auf Twitter, wo auch sonst, folgenden Tweet raushaute. Playing charades with the Tesla Optimus robot last night. This is either the single greatest robotics and LMM demo the world has ever seen, or it's mostly remote operated by a human. No in between. Verdammt nochmal, sagt doch ganz einfach, dass es Bullshit ist. Dass die ganzen Geräte ferngesteuert werden und dass auch eine menschliche Stimme dabei ist, der mit der interagiert. Ich spüre mal zumindest das Ende nochmal vor, dann könnte einfach auch die entsprechende andere Stimme, da sind wir schon wieder beim entsprechenden Hören. Mir fällt da langsam nichts mehr zu ein, dass Menschen so einen Scheiß glauben. Ja, das Dingern, und das ist ganz, ganz wichtig, ist rumgelaufen. Aber alles andere, Handbewegungen, wie der sich rumgedreht hat, etc., pp., all das war teleoperated. Die haben halt so lustige Anzüge an, haben natürlich auch ein Mikrofon oben, können auch sehen, wo sie dann da gerade sind und können das Ding entsprechend steuern. Ich habe mir dann, ja, ich würde durchaus sagen, knackigen Shitstorm eingefangen, zumindest auf meinem Podcast. Das heißt, es gab eine ganze Menge Ein-Sterne-Bewertungen, das alles polemisch und Fakten befreit und vor allen Dingen in den YouTube-Kommentaren. Also das kann ich euch nur empfehlen, mal auf meinem YouTube-Kanal zu schauen. Jetzt kommt aber tatsächlich vor wenigen Stunden ein Bloomberg-Artikel raus und der liest sich folgendermaßen. Tesla Optimus Bots were remotely operated at Cybercap Event. Musk didn't disclose that staffers oversaw interactions. CEO told Crowd Humanoid will be the biggest product ever. Und jetzt wird es so langsam so ein bisschen lustig. Also die Bloomberg-Leute haben mit entsprechenden, oh Gott, ich muss dieses Wörtchen aus dem Kopf kriegen. Ich mache jetzt immer einen Piep oder so da rein. Also die haben unter anderem mit Tesla-Angestellten gesprochen, die das bestätigt haben. Warum das überhaupt dazu gekommen ist, ist auch spannend. Ich zitiere mal. Also der kam genauso um die Ecke wie im April, als Reuters mit der Breaking News rausging, mit dem Leak und mit dem Scoop rausging, dass Tesla kein Model 2 vorstellen wird. Und der Musk erst mal sagte, Reuters lügt wie immer, um dann drei Stunden später zu sagen, am 8. August machen wir ein Robotaxi-Event. Man kann sich das alles nicht mehr ausdenken. Und hier war dann die Geschichte, ey Freunde, das ist mir alles noch nicht genug Cyberpunk-mäßig. Ihr müsst jetzt hier ganz schnell noch ein paar von unseren Robotern auffahren, die zwischen 20.000 und 30.000 Dollar kosten sollen. Die, it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks, whatever you can think of, it will do. Das hat Musk auf diesem Event erklärt. Und den Menschen vorgemacht, dass das Roboter sind, die da unterwegs sind. Dabei war es von vorne bis hinten wirklich durchgefickt. Ich weiß nicht mehr, wie lange man diese Scharade und diesen Schlangenölverkauf noch durchziehen kann. Ich weiß nicht mehr in einer Welt, okay, vielleicht geht das noch sehr, sehr lange weiter. Könnt ihr euch daran erinnern, als der Trump dann seinen Vereidigungstag hatte und eine von seinen Sprecherinnen erzählte, ja, das hat noch niemals bei den US-Präsidenten in der Vereidigungsgeschichte so viele Menschen gegeben, die dem beigewohnt haben. Und wurde dann darauf angesprochen, dass das nicht stimmen würde und sagte dann, ja, aber es gibt ja auch alternative Fakten. Und wir sind komplett nur noch in dieser alternativen Faktenwelt unterwegs. Du kannst jeden Scheiß behaupten heutzutage. Du kommst mit dem Fact-Checking nicht mehr hinterher. Vice-Präsident J.D. Vance, als der mit dem Tim Walz in der Debatte war, der sagte ja dann tatsächlich, ich glaube, ABC war das, hey, Moment mal, Moment mal, Moment mal, wir haben uns doch vorher darauf geeinigt, dass es kein Fact-Checking gibt. In dieser Welt sind wir unterwegs und in dieser Welt ist Elon Musk mit seiner Company und mit den Robotern und mit dem Self-Driving und mit dem neuen Roadster, der mit dem SpaceX-Package fliegen könnte oder mit dem Cybertruck, für den es angeblich über eine Million Vorbestellungen gibt, die jetzt gerade 27.000 ausgeliefert haben und die nicht mal loswerden, selbst für die 79.000-Dollar-Variante, wo die erzählt, dass das Ding auch schwimmen kann. In dieser Welt ist der Elon Musk der Kaiser. Es musste raus. Es musste wirklich raus. Seht es mir nach, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen rentiger geworden bin in diesem Kontext. Aber das sprengt mir die Nudel zwischen den Ohren sowas von auseinander, wenn ich solche Sachen sehe und vor allen Dingen auch wiederum sehe, wie darüber berichtet wird. Vor allen Dingen von denjenigen, die wahnsinnig viel Reichweite haben und sich ihrer Verantwortung offensichtlich nicht ansatzweise bewusst sind. Warum? Weil sie natürlich auf dem nächsten Tesla-Event wieder sein wollen und wenn du da irgendwas Böses gegen den Overlord Elon sagst, der sägt dich ja ruckzuck ab. Und das bedeutet natürlich, du hast diesen Content nicht, du kriegst ja nicht die Reichweiten und du machst nicht die Umsätze. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.